Indonesien ist eines der unglaublichsten Reiseziele des Planeten. Dieses Land ist berühmt für seine lebendige Kultur und atemberaubenden Landschaften, allerdings können diese Orte auch gefährlich sein aufgrund der Anwesenheit von Wildtieren, die auf Nahrungssuche sind. Die Situation wird noch herausfordernder, wenn wir über die Gewässer Indonesiens sprechen. Indonesien ist eine weitläufige Inselnation, die aus unglaublichen 18.307 Inseln besteht, von denen etwa 6.000 völlig unbewohnt sind. Diese Tatsache macht es zu einem der faszinierendsten Orte der Welt und zu einem unverzichtbaren Reiseziel für jeden Touristen, umgeben vom majestätischen Indischen Ozean. Bekannt für seine reiche Biodiversität und das marine Leben, ist Indonesien das zweitgrößte Land der Welt in Bezug auf die Biodiversität. In seinen Gewässern können einzigartige Tiere gefunden werden. Darüber hinaus ist Indonesien berühmt für seine schönen Strände mit kristallklarem Wasser, die viele Touristen auf der Suche nach einzigartigen Erlebnissen anziehen. Mit seinen spektakulären Stränden und dem reichen Meeresleben ist Indonesien bekannt dafür, einige der besten Tauchplätze der Welt zu haben. Jährlich besuchen Millionen von Touristen verschiedene indonesische Inseln, um unvergessliche Tauchgänge zu erleben. Dies war auch der Fall von Julian Dangi, dem Protagonisten unserer Geschichte. Jedes Jahr erkunden zahlreiche abenteurlustige Touristen entlegene Ziele auf den Inseln Indonesiens auf der Suche nach einzigartigen Unterwassererlebnissen, während die Strände von Fischereiaktivitäten wimmeln, die die Besucher über die Küste hinausführen. Diese Aktivität kann riskant sein, da das Meer unvorhersehbare Geheimnisse birgt. Julian Dangi, ein erfahrener Taucher, dessen Liebe zum Ozean bis in seine Jugend zurückreicht, entschied sich, diese Leidenschaft nach Abschluss seines Studiums zu seinem Beruf zu machen und zog nach Gorontalo, einer bergigen Region, die für ihre natürliche Schönheit und ihr kristallklares Wasser berühmt ist. Jährlich zieht Gorontalo Touristen auf seine Inseln und seinen alten Meerespark an, die für einige der beeindruckendsten Tauchgänge der Region bekannt sind. In kurzer Zeit erreichte Julian sein Ziel, Tauchführer zu werden. In den letzten Jahren hat er Touristen durch Korallenriffe und Meeresökosysteme geführt und dabei sein Wissen über das lokale Meeresleben geteilt. An die Begegnung mit einer Vielzahl exotischer Kreaturen gewöhnt, erlebte er eines Tages etwas Außergewöhnliches. Es ist bekannt, dass Wale gelegentlich in der Nähe der Küsten von Gorontalo schwimmen und sogar beliebte Strände frequentieren. Das Eintauchen in diese Gewässer bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Tierwelt in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten, wenn auch immer mit der Ungewissheit, was sich unter den Wellen verbergen könnte. An diesem Tag entschied sich Julian, etwas anderes zu erkunden. Anstatt seine übliche Tauchexkursion zu unternehmen, schloss er sich einer Fischereiexpedition mit einer Gruppe von Touristen an. Die örtlichen Fischer verwenden riesige Netze, um eine Vielzahl von Fischen zu fangen, die später auf den Märkten verkauft werden. Während der Fahrt erregte etwas Unerwartetes die Aufmerksamkeit aller an Bord. Julian war bereit, den Touristen die wilde Meereswelt zu zeigen, aber er hatte nicht erwartet, dass die Erfahrung sie so nah an die Kreaturen bringen würde, die sie fanden. Während Julian und die Touristen eine lebhafte Bootsfahrt genossen, sah Julian etwas unter Wasser bewegen. Er war nicht darauf vorbereitet, was er sah. Das Interessante war, dass das Tier an einem bestimmten Punkt scheinbar stillstand, was nach den Marinenmaßstäben, die Julian als erfahrener Taucher so gut kannte, ungewöhnlich war. Er war immer mutig gewesen und wagte sich bei seinen Erkundungen weit über die Wellen des Ozeans hinaus. Julians Neugier wurde sofort geweckt und er beschloss, zu untersuchen, was so viel Aufsehen erregte. Ohne zu zögern, sprang er ins Wasser, um zu überprüfen, was mit diesem mysteriösen Tier los war. Die Touristen beobachteten erstaunt, wie Julian sich auf das Tauchen vorbereitete. Bevor er ins Meer sprang, versuchten die Touristen, ihn davon abzubringen, indem sie ihn vor einer großen Flosse warnten, die sie aufgetauchen gesehen hatten. Könnte es ein Hai sein? Ignorierend die Warnungen, war Julian entschlossen, die Wahrheit herauszufinden. Zur Überraschung aller war das Tier kein bedrohlicher Hai, sondern ein majestätischer Orca. Später erklärte Julian in einem Interview mit den Medien, dass er sich, unabhängig von der potenziellen Gefahr, die das Tier darstellen könnte, immer verpflichtet fühlen würde zu helfen. Glücklicherweise zeigte der Orca keine Feindseligkeit und schwamm einfach friedlich umher, was alle mit seiner imposanten Präsenz beeindruckte. Julian bemerkte jedoch, dass etwas mit dem Tier nicht stimmte und entschloss sich einzugreifen. Es schien gefangen zu sein, was erklärte, warum es sich nicht bewegte. Julian sah, dass es sich in Fischernetzen verfangen hatte und rief sofort einen seiner Fischerfreunde zur Hilfe. Der Orca war in der Nähe des Bootes, aber es war notwendig, mehr heranzukommen, um Hilfe zu leisten. Zunächst verängstigt versuchte der Orca, seine potenziellen Retter zu vertreiben, ein Verhalten, das die Touristen verblüffte. Er spritzte Wasser, als wollte er Julian und sein Team vertreiben. Sich der zunehmenden Unruhe des Orcas bewusst, suchte Julian nach wegen, um ihn zu beruhigen. Er entschied sich, sich der Rückenflosse des Orcas zu nähern und begann, diese zu streicheln, ein riskantes, aber notwendiges Unterfangen. Überraschenderweise hörte der Orca auf, sich zu wehren, und erlaubte Julian und seinen Freunden, die Arbeit der Befreiung fortzusetzen, während sie die Fischernetze durchschnitten. Dies zeigt die außergewöhnliche Tapferkeit unseres Helden, etwas, wozu nur wenige bereit wären. Was nach der Befreiung des Orcas geschah, ist wirklich erstaunlich. Dank Julians Mut und Instinkt war die majestätische Kreatur wieder frei. Langsam begann der Orca, seine Flosse zu bewegen und sich vom Boot zu entfernen, während alle an Bord applaudierten. Es war ein bewegender Moment und alle waren glücklich, dass Julian seine Mission erfolgreich abgeschlossen hatte. Julian suchte weder Anerkennung noch Dankbarkeit, er wusste einfach in seinem Herzen, dass er das Richtige getan hatte, um das Überleben des Orcas zu sichern. Wie hat dir diese Geschichte gefallen? Gib einen Like und abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Video.